Bürgermeistergespräch in Großregen. Es ist das letzte für das Jahr 2022 und am 7. Dezember gab es auch die letzte SVV in der Stadt. Das Thema war sicherlich der Haushalt. Da haben wir diesmal zum ersten Mal seit vielen Jahren, eigentlich Jahrzehnten, keinen Haushaltsbeschluss gefasst vor Weihnachten, sondern wir haben uns gemeinsam mit den Abgeordneten darauf verständigt, den Haushalt dann erst Anfang des neuen Jahres, also Anfang 2023, voraussichtlich im Februar zu beschließen. Nicht, weil jetzt Großregen in ganz besonderen Schwierigkeiten wäre, sondern weil natürlich einige Kostenentwicklungen, zum Beispiel bei dem Thema Energiekosten, noch nicht genau abschätzbar sind. Das sind natürlich Größenordnungen für uns, wo wir sagen, da müssen wir auch erst genau rechnen können. Wir brauchen Klarheit vom Gesetzgeber, was zum Beispiel den Energiepreisdeckel anbelangt, und damit wir nicht in die Zwangslage vielleicht kommen, wenige Monate später einen Nachtragshaushalt machen zu müssen. Und deswegen, wie gesagt, wir sind zwar, was die Vorbereitung anbelangt, im Plan, aber haben uns dafür ausgesprochen, das Ganze erst Anfang 2023 zum Beschluss zu bringen. Anfang Dezember gab es ja Probleme in der Kita Spatzenest, die musste geschlossen werden. Da gab es einen großen Diskussionsbedarf. Wie ist da der Sachverhalt? Die Kita Spatzenest ist ja in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt, die da auch, sage ich mal, Vertragspartner ist für die Eltern und auch Arbeitgeber und für das ganze operative Geschäft zuständig. Und die Arbeiterwohlfahrt war in der Notlage, muss man so sagen, die Einrichtung über mehrere Tage teilweise zu schließen. Der Hintergrund war, dass es einen sehr, sehr hohen Krankenstand bei den Mitarbeiterinnen gab. Und nach den Informationen, die wir dann erfragt haben, war an einigen Tagen von 17 Kolleginnen nur noch vier verfügbar. Und dann muss man sagen, auch wenn das für die Eltern natürlich eine Belastung bedeutet, da haben wir großes Verständnis dafür. Aber das ist dann wirklich ein Fall von höherer Gewalt, weil ich natürlich 150 Kinder am Ende, egal wer der Träger ist, nicht mit vier Erzieherinnen betreuen kann. Das wäre auch unverantwortlich, dass das natürlich bei vielen Eltern bitter aufgestoßen ist. Dafür haben wir, wie gesagt, Verständnis, auch die AWO selber. Aber am Ende muss man das halt auch ein Stück weit akzeptieren, weil da natürlich auch niemand einen Zauberstab hat, wenn es um so viele wichtige Fachkolleginnen geht. Wie geht es jetzt dort weiter? Unabhängig von dieser Situation hatten wir uns bereits vorher mit der AWO darauf verständigt, dass wir die Einrichtung in kommunale Trägerschaft zurücknehmen. Die AWO hat dann vorgeschlagen, dass sie also die Einrichtung zum 31. Juli 2023 in die Trägerschaft der Stadt zurückgeben will. Laut Gesetz beginnt das neue Kita-Jahr mit dem 1. August. Und aus diesem Grund haben wir uns auf diesen Termin verabredet. Und ja, insofern sind wir jetzt im Einvernehmen dabei, das auch zu organisieren. Darüber wollen wir noch mit den Eltern reden. Die Stadt hat mit dem Beschluss auch allen Mitarbeiterinnen auch die Übernahme natürlich angeboten. Wir brauchen ja auch die Erzieherinnen und Erzieher. Und das wird auch eine Übernahme nach § 613 BGB. Also die Mitarbeiterinnen verlieren da keinerlei Rechte. Das wollen wir jetzt gemeinsam so geräuschlos und so einvernehmlich wie möglich auch organisieren. Welchen Vorteil bringt denn das? Wir gehen davon aus, dass es auf jeden Fall mindestens kostenneutral ist. Das hat man auch durchgerechnet. Und wir haben halt festgestellt, dass es auch ein paar organisatorische Reibungsverluste zuletzt gab, wo wir davon ausgehen, dass wenn diese Einrichtung als die zweitgrößte Einrichtung in der Stadt dann halt auch von uns mitbetrieben wird, wir dann stadtinterne Synergien heben können. Es gab auch die Synergieeffekte innerhalb der AWO, die ja im gesamten Land Brandenburg auch als Kita-Träger aufgestellt ist. Aber wir haben zunehmend auch festgestellt, dass durch dieses, nach unserem Eindruck, auch diese Großräumlichkeit, wo ja Kitas im Berlin nahen Raum und hier im ländlichen Raum betrieben werden, vielleicht manchmal auch die Prioritäten auch anders verschoben werden. Und deswegen haben wir uns, denke ich, in großem Einvernehmen da auf diese Aufgabenneuteilung verständigt. Wir sind der AWO für die über 20 Jahre, die sie hier in die Kita getragen und entwickelt hat, auch dankbar. Aber wir gehen davon aus, dass gerade in bestimmten Krisensituationen, wenn es zum Beispiel Krankenstände gibt, wir vor Ort dann halt auch die Synergien nutzen können, halt zwischen den Einrichtungen auf kurzem Wege halt auch einen Personalaustausch zu organisieren und da hoffen wir uns damit auch im Sinne der Eltern eine größere Stabilität auch in schwierigen Momenten. Wir werden das natürlich verfolgen. Zum Abschluss gibt es noch etwas Neues, Vorweihnachtliches hier in Großrieschen. Ja, es gibt eine neue Idee in der Adventszeit. Der ökumenische Chor Großrieschen hat überlegt, ein Adventssingen zu organisieren. Ich glaube, ein bisschen inspiriert waren sie von Union Berlin. Und deswegen lädt der ökumenische Chor am Sonntag, dem 18.12.1630, auf den Marktplatz ein, zwischen Weihnachtsbaum und Pyramide und will dort die interessierten Großrieschener animieren, mitzusingen. Also kein Chorkonzert, sondern gemeinsames Singen in der Adventszeit. Und ich glaube, die Chormitglieder würden sich über zahlreichen Besuch und Mitwirkung freuen. Ja, da hoffen wir natürlich auf gutes Gelingen, viele Teilnehmer und wünschen eine schöne Adventszeit. Danke auch Ihnen und den Zuschauern. Danke auch Ihnen und den Zuschauern.